Herzlich willkommen zu eurer Prüfung. Ich bin im Spa. Holt mich hier raus. Vielleicht habt ihr euch gefragt in den letzten Tagen, Mann, verdammt, warum ist es denn so heiß und stickig die ganze Zeit hier im Dschungel? Sorry, mein Fehler. Ich habe nämlich die schöne Sauna hier immer offen gelassen, die Saunatür, in die ihr euch jetzt gleich legen werdet. So, ihr zwei noch mal die Ruhe finden, die innere Mitte. Jetzt wird es richtig heiß. Jetzt kommen so richtig heiße Sauna-Boys, die helfen euch hier. Guck mal. Leila, du da drüben. Tim, du gerne hier. So, dann wird euch reingeholfen hier. Matt ist am Start. Ich finde dich auch toll. Hätte mir zwar eher einen Surferball gewünscht, aber... Oh. Und noch mal für deinen Kopf. Was sind schon sechs Minuten in einem ganzen Leben? Oh mein Gott. So, jetzt werdet ihr eingepackt. Das ist der Horror. So. Das ist der fucking Scheiß-Horror. Das ist nur ein kleines, dünnes Netz. Und wir wären gleich bereit, die sechs Minuten zu starten. Okay? Ja. So. Dann würde ich doch mal sagen, dieser wunderbare Moment, dieser wunderbare Ausflug ins Bar. Das Mikrofon? Ja. Dann sind wir schon sechs Minuten. Beginnen. Jetzt. Ah! Er macht doch nicht so einen Gong. Bitte. Schütt dir aber langsam. Ah! Ich finde das auch ein bisschen. Gabi, wer ist denn, wenn du das Flüttel abmach? Ich finde das auch ein bisschen. Okay, sorry, we have to get her out. Ja. Entschuldigung. Alles ist okay. So, Tim, du kümmerst dich auch um Leila. Kommst du raus? Ja. Du kannst die Brille ausziehen. Okay. Ja. Guck mal, du bist raus. Dann, leider ohne Wellness, wirst du zurück ins Camp gehen. Okay? Tschüss. Tschüss. Vielleicht muss ich irgendwann mal. Ja, bis bald. ARD Text im Auftrag von Funk